Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Raum für Notizen. Mein heutiger Gast macht Filme, in denen vor allem eines zählt, nämlich der Flow. Das Rezept dafür ist eine Mischung aus Improvisation, Narration und dem Dokumentarischen. 2014 hatte er mit Love Steak seinen Durchbruch und letztes Jahr zeigte er mit Tiger Girl ein weiteres Mal, dass er dabei ist, die deutsche Filmszene ordentlich umzukrempeln. Ich freue mich sehr auf Jakob Lass. Eigentlich bräuchte man erst noch so einen Applaus, aber den stellen wir uns jetzt einfach vor. Ja, herzlich willkommen in unseren heiligen Alex Hallen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Du hast selber schon was zu trinken dabei, deswegen hole ich mir jetzt einfach selber kurzerhand was. Gerne. Ja, erzähl mal, wie verbringst du gerade so die ersten warmen Tage? Ja, ich genieße natürlich das Wetter. Was macht ein Jakob Lass jetzt? Du sitzt jetzt nicht gerade irgendwie im Schneideraum oder so? Nee, zum Glück habe ich den Schnitt schon fertig und schreibe schon wieder an was Neuem. Das geht auch zum Teil am See. Okay, aha. Kann man dann auch mal draußen schreiben, ja. Aber da kommen wir auf jeden Fall nochmal später drauf zurück. Ich würde vorher gerne mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückspulen. Und zwar kommst du aus München. Ja. Oh, so weit. Kein Ur-Berliner, kommst du aus München und bist gemeinsam mit deinem Bruder Tom Lass dort aufgewachsen, der ja auch Regisseur ist. Richtig, ja. Mit dem du auch eine Produktionsfirma hast, Lass Bros. Ja. Ja. Das ist mehr ein Label als eine Firma, aber... Okay. Aber ja. Und ich habe bei meiner Recherche bin ich auf zwei Sätze gestoßen, die mich irgendwie neugierig gemacht haben. Und ich würde dir die jetzt mal vorlesen, dann kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen, wenn du magst. Und zwar, der erste Satz steht tatsächlich auf Wikipedia. Ich habe mich aber auch anderweitig recherchiert. Und zwar steht da, als Teenager überredete Jakob Lass einen Freund, von dessen Erbe eine Kamera zu kaufen und drehte gemeinsam mit seinem Bruder Tom Lass Experimentalfilme. Jetzt wollte ich mal fragen, also bist du jetzt diesem Freund für ewig dankbar, dass er da sein Erbe geopfert hat? Oder wie ist das, was ist da passiert? Ja, nein, wir haben tatsächlich auch schon als kleine Kinder bei einem Freund von unseren Eltern haben wir auch schon ein Filmchen gedreht mit Tom zusammen. Und ja, das war zu der Zeit mein bester Freund. Und mit dem habe ich natürlich auch zusammen viel gedreht. Also es war da nicht, dass ich dann seine Kamera genommen habe und mit meinem Bruder Filme gemacht habe, sondern wir haben auch viele sehr absurde Filme gedreht, so als im Teenager-Alter, ja. Genau, und das führt nämlich direkt zu meinem zweiten Zitat, das kommt von eurer Webseite. 1991, die beiden feiern Premiere ihres ersten Spielfilms im Garten von Jock Sala. Ich weiß nicht, ob man es so eirisch aussieht. Jock Sala ist ein Maler und eben ein guter Freund von meinen Eltern. Und der hatte eben so eine richtig große VHS-Kamera, wo, glaube ich, wirklich noch so dicke Tapes reingingen. Und wir sind immer früher aufgestanden als alle anderen und dann haben wir frühmorgens gedreht schon da. In Holztraubach. In Holztraubach, ja, richtig. Und das lokale Publikum ist begeistert. Das waren dann unsere Eltern, das lokale Publikum. Was war denn dieser erste Spielfilm? Wir haben richtig viel gedreht. Also wir haben so Stop-Motion gemacht, in dem wir einfach an und aus gemacht haben, weil dieser Stop-Motion mit ein bisschen Versatz von einigen Sekunden immer. Und wir haben, glaube ich, so einen Film mit Außerirdischen gedreht, wo wir die Außerirdischen waren. Mit Kostümen und so? Mit Kostümen aus der Küche und Aluminium und keine Ahnung. Wie gesagt, wir waren so zehn, neun, acht in dem Alter. Wow. Das Witzige ist ja, ihr seid beide dann erst mal in Richtung Schauspiel gegangen. Richtig, ja. Also sowohl dein Bruder als auch du. Und du hast auch eine professionelle Schauspielausbildung hinter dir und hast dann am Theater gespielt. Genau. Wie ist denn das dann gekommen? Also der Sprung dann doch zum Filmemachen, also zur Regie? Also bei mir war es so, dass ich schon als Neunjähriger angefangen habe, Theater zu spielen. Und das dann auch so die einzige Option war, die mir irgendwie so einfiel dann, als es darum ging, okay, jetzt muss es mal langsam Richtung Berufsleben gehen. Und dann habe ich das relativ früh gemacht. Also ich habe kein Abitur gemacht, sondern bin direkt auf die Schauspielschule gegangen mit 17. Und bei meinem Bruder war es anders. Der hat relativ früh, ist dann eher in Richtung Film gegangen. Und dann sind wir erst mal so zwei verschiedene Wege gegangen. Und dann kam ich mir ans Theater und er hat kleinere und größere Rollen in Film und Fernsehen gespielt. Und dann habe ich parallel angefangen, mich ums Filmstudium zu bewerben, sozusagen. Weil du keine Lust mehr hattest aufs Schauspiel oder hat dich das genervt? Genau. Ja, nee, ich hatte irgendwie eh immer schon das Gefühl, dass irgendwas fehlt da. Irgendwas, irgendwie reicht es mir nicht. Und ich war ein, glaube ich, super anstrengender Schauspieler. Ich war immer im Streit und im Clinch mit der Regie. Weil du deinen Kopf durchsetzen wolltest. Ja, weil ich immer das Gefühl hatte, ich weiß es besser. Ich habe irgendwie das Stück anders gelesen oder weiß ich nicht wie. Und dann war das so, war das tatsächlich eine Erleichterung dann einfach zu sagen, ich mache selber Regie und muss niemanden mehr auf die Nerven gehen. Und dann fiel es dir auch leicht, das so aufzugeben, weil du hast ja dann eigentlich, soweit ich weiß, nicht mehr selber Schauspiel gemacht. Genau, ja, das war für mich dann so irgendwie auch wichtig, das dann wirklich zu trennen. Auch anders als mein Bruder, der das noch weitermacht und auch in seinen Filmen selber mitspielt. Für mich war das irgendwie wichtig, da dann voll nur Regie zu machen. Und ich vermisse die Bühne manchmal. Also Filmschauspieler hat mir eh noch nie so richtig Spaß gemacht, aber die Bühne vermisse ich tatsächlich. Das war schon irgendwie immer ein Rausch. Weil die Bühne ja tatsächlich auch, würde ich jetzt mal sagen, der Machweise deiner Filme auch ähnelt. So dieses unmittelbare, da kommen wir aber jetzt auch mal drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Da haben wir Zeit. Aber bevor wir dazu kommen, bleiben wir nochmal ein bisschen in der Vergangenheit. Genau, du hast dann dich für Filmhochschulen beworben. Richtig, ja. Und das hat aber erst nicht so geklappt, ne? Ne, das hat ziemlich lange gar nicht geklappt. Also ich wurde von Anfang an erstmal in die zweite Runde eingeladen, also in die engere Auswahl. Dabei werben sich ja immer relativ viele Leute. Aber da bin ich dann immer rausgeflogen. Wirklich in jeder Schule, die man sich vorstellen kann. So im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Wurde ich über vier Jahre lang nicht aufgenommen. Bis es dann wirklich so in der letzten Chance hat es dann doch noch geklappt in Potsdam. Aber da hat sich tatsächlich die Schule schon so infiltriert, dass sie gar nicht mehr anders konnten. Ich war da schon Gasthörer. Ich hatte schon zwei Filme auf 35 Millimeter da gedreht als Regisseur. Und war eigentlich jeden Tag fast da. Also einige dachten, ich studiere da schon. Die dachten das schon und dann war es gar nicht mehr so. Ne, die Dozenten wussten, dass ich da nicht studiere, aber die Kommilitonen dachten. Ich bin schon längst Teil der Schule. Und da waren sie so, ja komm, dann nehmen wir ihn halt einfach auf. Was soll's. Nicht anders. Genau. Und dann habe ich gelesen, dass du mit weiteren Regisseuren, die, ich weiß nicht, ob du dem jetzt auch zustimmst, aber dir auch so mit dir und deinem Bruder einer Filmschule so zugeordnet werden. Berliner Flow wird sie genannt oder auch German Mumblecore. Und Axel Ranisch zum Beispiel war mit dir in einem Studiengang. Kann das sein? Axel war ein paar Jahrgänge über mir. Ach so, okay. Aber in derselben Schule, also auch in Potsdam. Und Isabel Schuber. Auch ein Jahr oder zwei über mir, ja genau. Genau. Jetzt würde mich mal interessieren, also vielleicht kannst du ein bisschen von dieser Zeit erzählen. Also habt ihr euch gegenseitig beeinflusst? Ist diese Schule, in der es ja viel um Improvisation geht, ist die bewusst zustande gekommen? Oder hat jeder eigentlich so durch Zufall das Gleiche gemacht? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Also erstmal, was eindeutig ist, der Name kommt von außen. Der ist nicht von, also beide dieser Namen, wobei ich Berliner Flow noch besser finde als German Mumblecore, weil Mumblecore ja eine Bewegung ist, die es in den USA gibt und gab. Mit der, die mir überhaupt nie bekannt war. Aber trotzdem finde ich es, ja trotzdem ist es gut, dass es diesen Begriff gibt. Es hat immer was, es hat auf jeden Fall was taktisch Gutes, wenn man dann DVD-Boxen, mittlerweile gibt es sogar schon eine DVD-Box. Und dann, das ist natürlich immer ein gutes Verkaufsargument. Und wir haben, viele von uns haben sich ausgetauscht auf jeden Fall, aber nie sozusagen im Bestreben, irgendwie sozusagen eine Bewegung zu gründen oder so, sondern halt einfach, weil, ja aber doch, klar, weil wir Ähnlichkeiten haben und weil viele so das Gefühl hatten, okay, irgendwas muss anders, muss anders möglich sein, muss anders werden. Man will sich nicht an den Konventionen orientieren, sondern es gibt ganz andere Wege und eigene Wege. Hattet ihr ein bewusstes Vorbild als Bewegung? Weil es gab ja zum Beispiel in der Vergangenheit auch Filmbewegungen, die so, weiß nicht, Nouvelle Vague zum Beispiel. Habt ihr euch da bewusst irgendwie an was orientiert? Wie gesagt, es ist gar nicht verabredet untereinander oder so, sondern es ist eher so, wenn dann, ist es im Austausch entstanden. Klar, wir haben die Filme von den anderen auch geguckt und so. Ich weiß aber auch nicht, wer da jetzt alles dazugezählt wird tatsächlich. Von daher, klar, für mich war natürlich mein Bruder immer der Wichtigste und wir sozusagen, wir haben uns am stärksten beeinflusst, so als starke Unterstützer und Konkurrenten gleichzeitig. Ja, ist das so? Also, weil das habe ich mich auch gefragt. Wie hält sich das die Waage? Das hält sich total die Waage und das ist mehr Unterstützung als Konkurrenz. Aber ich glaube, alle Geschwister werden zustimmen, dass da immer was ist. Oder zwischen Geschwister. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast? Ja, ich habe aber dies elf Jahre älter. Okay, das ist dann vielleicht schon so weit weg, dass dann das Verhältnis wieder anders wird. Und wir machen halt auch nicht das Gleiche. Also, ihr macht wirklich auffälligerweise wirklich das Gleiche. Ihr macht Filme und seid Schauspieler eigentlich auch. Wobei eure Filme sich ja schon auch, obwohl die die gleiche Machart haben, unterscheiden sie sich ja natürlich. Denke ich auch. Also, das wäre dann natürlich noch eine Stufe krasser, wenn die dann auch noch zwei gleich wären. Aber ansonsten so mit den anderen, also Axel Ranisch zum Beispiel. Also, trefft ihr euch da manchmal und tascht ihr euch aus, wie man sich das jetzt auch so in so einer Bewegung vorstellt? Es wäre schön, ich würde das willkommen heißen. Wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Also, ich habe Axel jetzt auch schon wieder ein paar Monate nicht gesehen. Ist ja auch schwierig, weil alle wirklich so viel unterwegs sind, so viel machen die ganze Zeit. Aber ich finde das gut und ich tausche mich grundsätzlich total gerne mit Kollegen aus. Also, bin immer im Austausch, aber auch nicht innerhalb so einer geschlossenen Gruppe. Wir würden jetzt mal zu deiner Notiz kommen. Gerne. Und zwar hole ich jetzt mal hier so einen Dart-File. Und dann kommst du mal mit kurz. Gerne. Und dann würde ich dich bitten, die an unsere Scheibe zu, also erstmal mit dem Dart-File sozusagen zu zielen. Aber bitte nicht auf die Mitte, weil da ist eine Kamera. Genau, und dann nachhinein tun wir dann die Notiz dran. Sicher, ich treffe die Kamera. Okay, da oben. Alles klar. Dann schauen wir erst noch mal kurz drauf. Und zwar Flow. Ja, genau. Und magst du selber verewigen? Opa. Da oben. Da war es, glaube ich. Ja, cool. Flow. Erzähl mal, was steckt dahinter? Flow, naja, wir haben tatsächlich zwischen Frontalwarte und Love Stakes super viel geredet. Wir haben uns mit der damaligen Produzentin und dem Kameramann zusammengetan und sehr viel gesprochen und nachgedacht über das Filmemachen und über wie Frontalwarte entstanden ist. Also dein erster Langfilm? Dein erster Langfilm, genau. Und du an der Filmhochschule gemacht hast? Genau, im ersten Jahr der Filmhochschule und wie der nächste werden soll im Unterschied. Und vor allen Dingen ging es auch darum, dass ich gefragt wurde, ja, das muss doch mega viel Spaß gemacht haben, Frontalwarte zu drehen, so wie der aussieht. Und ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht, eigentlich war es die Hölle. Und dann haben wir halt überlegt, wie kann Filmemachen mehr Spaß machen? Und von dort sind wir dahin gekommen, okay, Spaß ist überhaupt nicht das, was wir suchen, sondern wir suchen Flow. Sondern wir suchen diesen Zustand genau zwischen Über- und Unterforderung, wo deine Fähigkeiten genau auf die Herausforderung treffen, wo du eben auf dem richtigen Level bist und was dein Rauschzustand sein kann, wie auf der Bühne sein. Oder es gibt es beim Klettern, beim Schachspielen, beim Computerspielen. Wolltest du wieder setzen? Gerne, ja. Flow ist sozusagen ein Zustand, den es überall gibt, der aber gar nicht so leicht zu erreichen ist. Und das haben wir halt dann versucht, von dort ausgehend zu überlegen, wie kann man das aufs Filmset übertragen und wie kann man jeden am Set versuchen, damit einzubeziehen. Und wir hatten natürlich für Lovesix dann auch eine sehr kleine Crew und das war unser Anspruch, dass jeder, vor allen Dingen die Schauspieler in erster Linie, aber auch sonst jeder, den Dreh über im Flow sein kann. Und ihr habt dann sozusagen auch ein richtiges Manifest verfasst, was man nachlesen kann. Manifest wäre jetzt sozusagen zu viel, weil für mich war das nie nach außen gerichtet, sondern erstmal nur für uns. Aber ja, man kann es nachlesen. Wir haben uns dann gedacht, nee, ist doch klug, das zu teilen und vielleicht inspiriert es auch jemanden, das ähnlich oder anders zu machen. Ich weiß nicht, ob du jetzt den Namen schon genannt hast, aber Fogmar heißt dann dieses Regelwerk. Und man kann es sich auf der Webseite von Lovesix zum Beispiel anschauen und es ist auch bewusst so offen gelassen, also dass es so zum Nachahmen auch motivierend ist. Richtig, ja. Wenn man sich sozusagen, wenn man sich das auch mal trauen möchte, dann einfach nach diesem... Voll, also genau, das ist eine Aufforderung an jedem, sich damit auseinanderzusetzen, dem vielleicht auch zu widersprechen oder es halt an die eigene Arbeit anzuwenden und anzupassen. Ich denke, es sind sehr spezifische Regeln, die sich auch von Film zu Film verändern müssen. Jeder Film braucht wieder ein bisschen andere Gedanken. Und was uns aber wirklich geholfen hat, war diese Zeit, die wir genommen haben, um das zu entwickeln. Weil wir dann wirklich schon sehr gut vorbereitet in den Dreh gegangen sind und viele Gespräche und Diskussionen vorweggenommen haben, die man später erst dann sozusagen, die dann irgendwann aufkommen im Dreh. Und das hatten wir schon alles erledigt. Ja, also ihr habt ja, du hast jetzt ein paar Punkte genannt. Wer sich das jetzt da mal durchliest, wird merken, es sind wirklich sehr prägnante Regeln auch. Und es ist auch ein großer Fokus auf dem Team. Also man soll sich immer absprechen. Und was ich auch witzig fand, es gibt Sportpflicht am Set. Vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick in einen Fogma-Filmdrehtag geben. Also wir fangen alle erst mal an. Wollten wir gleich mitmachen? Wenn das hilft, dann... Ne, es ist mit der Sportpflicht, da werden wir tatsächlich sehr oft drauf angesprochen. Aber das ist nicht so ganz streng militärisch gemeint, wie das vielleicht klingt oder Pfadfindermäßig, sondern wir haben einfach nur gemerkt, man vernachlässigt seinen Körper total oft beim Dreh. Oder grundsätzlich in so längeren Stressphasen, bis man dann irgendwann merkt, okay, alles zwickt und alles zwackt. Und du bist dadurch eigentlich gehindert, wirklich im Moment zu sein, weil du körperliche Schmerzen hast einfach von dem Stress und von dem Druck. Und da haben wir gesagt, dem wollen wir entgegen gehen und haben zum Beispiel morgens Yoga gemacht oder angeboten, waren wir dann zum Teil aber nur zu zweit da. Wir haben eben niemanden gezwungen. Wir haben gesagt, jeder kann das selber machen, wie er mag. Ja, für manche war dann Bierkistenschleppen schon Sport. Und wie geht es dann weiter an so einem Drehtag? Also gut, Sport ist mit drin. Und wie sind da noch so die Regularien? Ne, was wir bei Lovefix wirklich super hingekriegt haben, was danach nicht mehr ging, war, dass wir den Dreh in zwei Blöcke eingeteilt haben mit einer wirklich langen Mittagspause dazwischen. Das war halt der Vorteil, dass wir alle gemeinsam an einem Ort waren in diesem Hotel und dass wir Studenten waren und uns von daher nicht ans, tatsächlich klug, aber in dem Fall ungünstige Arbeitsgesetz halten mussten, wo so eine Pause nämlich dann eigentlich mit rein zählt in die Arbeitszeit. Und deswegen haben wir vier Stunden vormittags gedreht, dann den Nachmittag meistens frei gehabt. Außer das Kernteam, also sozusagen jetzt, ich habe dann eben den nächsten Block vorbereitet, zusammen mit Kameraproduktion und allen anderen. Und dann nochmal einen Block am Abend. Okay, also auch so viel zeitlich. Das ist sehr an Theaterproben orientiert tatsächlich. Da läuft es oft auch so, sozusagen von 10 bis 14 und von 18 bis 22 Uhr. Das sind so für mich ganz, ganz gute Zeiten, wo man dazwischen halt eben nochmal was anpassen kann. Ja, cool. Du hast gerade schon angesprochen, inhaltlich, also in Love Stakes hast du mit echten Hotelangestellten gedreht, in Tiger Girl mit echten Auszubildenden bei einem Sicherheitsservice. Richtig, ja. Ist das so ein Anliegen für dich auch so unsichtbare Berufsgruppen irgendwie eine Plattform zu bieten? Voll, also ja, kein bewusstes Anliegen, aber es hat mich immer interessiert. Also ich hätte schon gereizt, auch so diese sehr, dann doch relativ hierarchische Umgebungen, sozusagen mit einer sehr strengen Hierarchie. Und dann auch, also das Sicherheitsgewerbe ist relativ prekär. Das war mir im Vorfeld nicht bewusst, wie weit es geht, sozusagen, dass da tatsächlich fast jeder selbstständig ist. Und sich die Leute sich selbst an ihren Kollegen weitervermieten, je nachdem, wer jetzt gerade den Auftrag reingekriegt hat. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, es gibt auch große Firmen. Das fand ich schon sauspannend, finde ich auch wirklich bis heute noch sehr interessant. Ich habe eigentlich noch ganz viele weitere Fragen inhaltlich zu deinen Filmen, tatsächlich, aber leider rennt uns die Zeit davon. Was? Aber das ist doch gerade das Spannende. Ja, aber das Ding ist, wir müssen ja auch auf dein Projekt, was jetzt noch kommt, was jetzt rauskommt, da mal drauf zu sprechen kommen. Weil das wollen wir natürlich nicht rauslassen. Nee, darf ich über Inhaltliches reden. Vielleicht kriegen wir es noch reingedrückt. Ich rede schneller ab jetzt. Sowas von da. Ja. Das ist dein nächster Film, der herauskommt. Richtig. Im August, ne? Ja. Erzähl mal, um was geht es? Und dann kannst du direkt noch erklären, was ist die erste improvisierte Romanverfilmung, Adaption? Genau, das fasst du schon ganz gut zusammen. Sowas von da ist ein Roman von Tino Hanekamp, ein Hamburger Clubbetreiber, der da so teils autobiografisch, teils einfach auf seine Erfahrungen aufbauend eine Geschichte über einen Club geschrieben hat, der schließen muss. Und das haben wir improvisativ umgesetzt. Das heißt, wir haben uns teils an den Roman gehalten, haben aber auch wirkliche Partys gefeiert in Hamburg, haben einen eigenen Club übernommen für die Zeit. Vier Stück, ne? Vier Partys. Vier Nächte haben wir gefeiert, ja. Und dadurch versucht sozusagen vor allen Dingen den Spirit des Buches zu transportieren in den Filmen. Und ja, wie hat das geklappt? Also wirklich, ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, Partys dann zu drehen. War das dann nicht ein totales Chaos? Ach, mich eigentlich war es fast zu gesittet. Ich meine, man vergisst manchmal auch, dass die Hamburger halt natürlich auch ein bisschen brauchen, um warm zu werden. Ich dachte so, es wurde dann immer noch wild, aber in Berlin wäre es, glaube ich, schneller wild geworden. Es war eigentlich zu wenig Chaos für meinen Geschmack. Ja? Ja. Aber im Film sieht man das nicht. Der Film ist, glaube ich, relativ chaotisch. Okay. Ja gut, dann wollen wir jetzt mal nicht mehr verraten, oder? Das heißt, im August kann man sich den dann anschauen in den Kinos. Genau, wie machst du das? Weil bei Love Stakes gab es ja diese Debatte damals, weil du es im Kino und im Netz veröffentlicht wolltest. Richtig. Das hat damals aber nicht so geklappt. Das hat leider nicht geklappt, ja. Wie machst du das mittlerweile? Da hat sich leider nichts geändert. Ich meine, der Punkt ist, dass die Kinos Angst haben um ihren Verdienst in dem Modell, was genau, aber das war, was wir versucht haben. Wir haben versucht, ein Modell zu bauen, wo die Kinos dann daran mitverdienen. Daran glaube ich auch immer noch, ich glaube immer noch, dass das Potenzial hätte und es wäre immer noch nicht zu spät, so etwas zu gründen. Weil ich glaube auch, ob man es möchte oder nicht, ich glaube, dass tatsächlich irgendwann das kippen wird. Also irgendwann werden diese Fenster, also es ist sozusagen ein gewisser Schutz, der dem Kino jetzt eingeräumt wird durchs Gesetz, dass das nicht passieren darf, sondern dass gewisse Fenster eingehalten werden müssen. Und ich befürchte, dass das irgendwann einfach kippen wird. Und ich glaube, es wäre besser, sozusagen das selber in die Hand zu nehmen als Kinobetreiber, die sich zusammentun und davon zu profitieren, sozusagen abzuwarten, bis es eh passiert. Okay, also du befürchtest es, aber du befürwortest es jetzt nicht unbedingt, beziehungsweise... Nein, doch, ich befürworte das total. Aus der Zuschauerperspektive macht es ja nur Sinn, dass man sagt, ich möchte selber entscheiden, wo ich den Film gucke und will den dann gucken. Und auch als Filmemacherperspektive ist das so, der Film wird ja einmal beworben, hat einmal seine Welle. Und dann, bevor er dann im Internet rauskommen kann, dauert es einfach Ewigkeiten und er ist schon wieder vergessen. Aber so das Kino als heilige Institution siehst du dann nicht? Also hast du nicht Angst ums Kino? Nee, im Gegenteil. Ich denke, dass sozusagen, was wir vorgeschlagen haben, war, dass das Kino, dass sie das auf ihren eigenen Webseiten präsentieren. Und dass man sozusagen direkt sein Kino unterstützt damit. Und aber auch, dass man, was ich denke, was dadurch passiert und was auch das Kino heute noch mehr machen muss, dass man dadurch eine Verbindung behält zu seinem persönlichen Kino, wo man sagt, hey, die haben eh einen super Filmgeschmack. Ich gucke mir an das, was die ausgesucht haben. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich in genau dieses Kino gehe, weil mir das gefällt, wie die die Filme aussuchen. Und ich finde absolut, Filme sind am besten im Kino. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Ich auch. Auf jeden Fall. Ich gucke auch am allerliebsten Filme in einem richtig guten Saal mit Sound und mit fremden Leuten um mich herum. Das ist einfach eine ganz andere Wirkung. Aber es ist doch schade, wenn Filme dann nur da sichtbar sind und nicht für alle Leute, die jetzt Babys haben, die es nicht schaffen, zum Kino zu kommen, die keine Zeit haben. Und es kommt ja auch relativ viele Filme raus. Und da wäre es doch eigentlich schöner, wenn man sagt, okay, die sind trotzdem verfügbar und man kann darüber reden. Und es holt vielleicht auch mehr Leute ins Kino. Wenn es eine Mondpropaganda gibt für einen Film, der besonders gut ist. Das wäre so halt meine Hoffnung dahinter. Also du bist einfach so für, dass man einfach die Optionen hat sozusagen. Voll. Ja genau, dass sich auch jeder Film das aussuchen kann, denke ich. Aber ich liebe das Kino und ich glaube nicht, dass das dem Kino schaden wird. Sonst würde ich das nicht vorschlagen. Okay, wir müssen jetzt auch so langsam zum Schluss kommen. Aber meine letzte Frage wäre, weil wir haben ja noch ein kleines Spiel, aber vorher noch die Frage. Kannst du dir vorstellen, dich auch von diesem Fogma-Prinzip loszumachen? Oder hast du manchmal Lust, was ganz anderes zu machen? Ja klar, ich hätte auch Lust, aber auf der anderen Seite macht das so viel Sinn. Von daher werde ich das schon erstmal so weiterverfolgen. Es ist wirklich die beste Arbeitsweise. Ein Tatort vielleicht mal, so wie Axel Rahnisch? Reizt mich bislang nicht. Also solange ich Kino machen kann oder andere Formate, wo ich sozusagen die freier sind, die weniger vorformatiert sind, erstmal nicht. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal, wie mutig der Tatort wird. Ja. Gut, dann haben wir jetzt zum Schluss noch ein kleines, also habe ich ein kleines Filmzitate-Quiz für dich vorbereitet. Wie? Wenn du Lust drauf hast. Du hast eigentlich keine Wahl. Ach so, ich dachte, wir reden vielleicht noch inhaltlich. Niemand will über die Inhalte mit mir reden. Wir können das natürlich auch skippen und dann frage ich dich nochmal was inhaltlich, wenn du willst. Ja? Okay, gut. Und zwar war da nämlich inhaltlich meine Frage deine Charakterkreierung. Also ich habe gerade bei Love Stakes und Tiger Girl ist mir aufgefallen, dass du so starke, wilde Charaktere, so eher naiven, guten, bisschen ängstlichen Charakteren gegenüberstellst und die so miteinander kollidieren lässt. Woher kommt diese Faszination bei dir, diese dafür, für diese beiden Pole? Gute Frage, wo das herkommt. Das ist tatsächlich, trifft es vor allen Dingen auf Love Stakes und auf Tiger Girl zu, ist das eine Dynamik, die mich sehr interessiert, wo ich finde, da ist sehr viel Potenzial drin. Einfach in so sehr, wie ich es nennen würde, ungleichen Freundschaften, die eben nicht wie die meisten Freundschaften irgendwo auf Augenhöhe sind, sondern wo sich sozusagen so das Gefälle auch irgendwo verschiebt. Und es sind auch Frauen in beiden Fällen, diese wilden, starken, mutigen. Ja. Das ist auch nochmal anmerkend. Ja, das interessiert mich natürlich auch. Ich finde, das sind einfach Figuren, die es viel häufiger im Kino bräuchte, die sehe ich zu selten, die möchte ich gerne öfter sehen. Und es macht auch Spaß. Aber am meisten interessiert mich eigentlich das, was zwischen den Charakteren passiert. Und wo würdest du dich verorten zwischen den beiden Polen? Naja, ich habe beides total in mir, glaube ich. Ich habe tatsächlich, glaube ich, beides so in mir. Ich habe eine total schüchterne Seite. Und habe beides, ich denke, beides auch erlebt schon in Freundschaften irgendwie so. Aber selten so extrem, wie es dann im Film ist. Man bekommt ja dann auch Lust, sich so mitreißen zu lassen oder auch mal so jemanden zu treffen. Voll. Ja, ja. Und wie ist das mit den Gewaltszenen? Also da hast du ja auch zum Beispiel bei Love Stakes am Ende so eine sehr explizite Gewaltszene und bei Tiger Girl auch so diese Kung Fu-artigen. Hast du da auch ein spezielles Interesse einfach dafür oder was begeistert dich daran? Na, ich denke, dass das Kino sozusagen da eine große Möglichkeit bietet, einfach sozusagen seinen Fantasienraum zu geben und seinen Fantasien Gestalt zu geben. Und in Love Stakes ist es eher so ein bisschen eine Überhöhung oder sozusagen so eine Fortführung der Handlung auf einer anderen Ebene. Und bei Tiger Girl war es eher sozusagen der Versuch, wie kann man das in einem Film kombinieren? Also wie kann man gleichzeitig sozusagen improvisativ, dokumentarisch sein und dann trotzdem wirklich sehr zielisierte Kämpfe haben? Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann in Sowas von da sein wird. Zu Recht. Genau, aber wir haben jetzt leider keine Zeit mehr für weitere Fragen. Ich hoffe, du kommst nochmal zu uns. Stimmt, sehr gerne. Vielleicht dann nochmal bei dem nächsten Projekt oder vielleicht deinem Bruder mal, wenn er Lust hat. Ja, gerne. Nochmal für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, sowas von da im wann? Im August, 16. August, glaube ich. Aber schaut lieber nochmal nach. Genau, nochmal abchecken. Und dann sage ich vielen Dank, Jakob, dass du bei uns warst. Vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen. Falls ihr gerade merkt, Amist-Sendung verpasst, dann schaut einfach auf unserem YouTube- oder Facebook-Kanal nach und schaut euch nochmal die Sendung an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.